Hast du das gehört Babs? Adam legt immer ein Wubo-Zack auf. Die Tina hat im Moment ein bisschen Probleme, aber ich finde sie geht ganz toll damit um. Ich denke jetzt vielleicht, dass ich irgendwie strange bin oder so, aber es war eben noch da und jetzt ist es plötzlich weg. Die Küche sah aus, als hätte er eine Bombe eingeschlagen. Oder nein, Digga, es war so eine Fischerei. Babs, du hast doch mal nicht erzählt, dass du als Kind immer so Sachen gesehen hast, oder? Wie soll ich kennen das? Unser Hirn ist das größte Mysterium auf Erden, glaubt. Und es spielt mitunter üble Streicher mit uns. Ich will es nicht jetzt! Wie soll mich an Teachokus nehmen! Aber ichempere mich an die Auf geht's euch. Bei Designer! Abonniere dich! An 아무� efficacien Zeit ist, vielleicht liegt mein. Abonniere dichkarte! Abonnere dich!